So, jetzt sage ich euch einmal was zu objektiver Betrachtung. Wenn ein Mensch sagt, ich habe das jetzt objektiv betrachtet, dann sage ich, du bist der Spinner, du gehst eingesperrt. Jetzt nochmal, wissenschaftliche Erkenntnis aus der Quantenphysik. Kein Mensch kann etwas betrachten, ohne Einfluss zu nehmen. Und wie dieser Einfluss ausgeht, hängt von deinem Gefühl ab. Du hast diese Situation objektiv analysiert, ja? Ist das so gescheit? Es geht nicht, es geht nicht. Wir Menschen sagen, wir erleben etwas in dieser Sekunde, uns werten zuvor und sagen sofort, das ist schlecht, das ist katastrophal, das ist schlimm. Oder wir sagen, das ist nur super. Stimmt, wir sind ja Realisten. Stimmt, dementsprechend passen wir unser Gefühl an. Stimmt, ein Schmarrn sind wir.